Eben zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich habe irgendwie, da seht ihr es gerade, bei mir geht der Greenscreen immer an und aus. Irgendwie die Kamerasoftware hier spinnt. Ich habe etwas neuere Software genommen. Gut, dass man neue Software nimmt. Never Touch a Running System. Und ganz, ganz komisch, ab und zu, ja, da blendet das so ein bisschen den Greenscreen aus. Ist mir ein Rätsel, warum das so passiert, Leute. Ich kann es euch nicht sagen. Ich hoffe, es hält jetzt mal so ein bisschen. Aber ist schon ganz, ganz spuky. Ist mir eben erst aufgefallen, denn ich nehme mit einer anderen Software auf, als dass ich die Streams mache. Da ist es jetzt schon wieder. Was ist das? Hallo? Alter, das geht ja gar nicht. Und wieder weg. Ich mache hier ja nichts. Ich meine, ihr seht das, ich mache nichts. Ich wackele nicht an der Hardware, ich wackele nicht an der Software. Und trotzdem ist das so, ja, wirklich ganz, ganz unmöglich. Ich muss die alte Software wieder raussuchen. Allerdings habe ich die alten, ich habe tatsächlich die alten Pakete nicht mehr. Eigentlich bewahre ich immer noch die Vorgängerversion auf. Dieses Mal habe ich es leider verpasst. Aber ich hoffe, ihr habt es nicht verpasst. Ich habe es auch nicht verpasst, euch a, die Clanspiele abzuholen. Deshalb habe ich mit diesem Account schon gemacht. Und es gibt natürlich den Jamregen hier. Es gibt den Jamregen. Ja, warum eigentlich? Klar, der Pass hier ist noch abzuholen. Ich habe schon einiges mit den Accounts hier machen können. Also so ein bisschen kann man ja immer noch gebrauchen. Und ihr seht, ich kann hier oben und unten vor allen Dingen immer noch mit diesen Accounts hier im Pass abholen. Ich glaube, ein bisschen konnte ich noch machen hier. Ich glaube, ich kann noch eine Rune nehmen. Ach nee, doch. Doch, ich kann hier noch, glaube ich, die Goldrune nehmen. Ich kann, glaube ich, hier im Dunkeldorf noch die Goldmine, die Goldrune einmal nehmen. Ah, dann, okay, das Ding baut hier jetzt noch ziemlich lange. Den Hammer kann ich nicht nehmen. Den habe ich nicht nochmal. Also machen wir uns hier einfach, wir machen uns einfach die Lager voll. Dann machen wir hier mal einen Tag nicht, nee, nicht das Lager, sondern... Achso, Upgrade war das ja viel. Wir wollten das ja füllen. Wir wollten das ja füllen, nicht upgraden. Braucht man nämlich nicht, wenn man den Pass hat. Und dann kann ich mir das Ding auch abholen. Also gehen wir hier mal in die Rewards rein. Wir gehen mal von Anfang an rein. Denn es gibt ja richtig, 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 richtig viele Gems vor allen Dingen. 250 aus der unteren Reihe. Mal sehen, wie viele es noch aus der oberen Reihe werden. Wir haben jetzt 8.945, habe ich angesammelt mit dem Account hier. Weil ich natürlich auch die Events ein bisschen gespielt habe. Wenn ich auch sie nicht alle geschafft habe. Aber wir nehmen mal mit, was hier mitzunehmen geht. Ihr wundert euch, dass ich noch Gold bekomme. Ja, denn ich kann noch etliches an Mauern machen. Aber Helden Potions, die brauche ich nicht mehr. Denn ich habe auch meinen Helden im Nachtdorf. Mittlerweile auf 25. Trainingstrank nehmen wir gerne mit. Und die 5 können wir nicht mehr mitnehmen. Die können wir leider nicht mehr mitnehmen. Ich weiß, es ist echt schade. You Collect is geworden. Nochmal 10 Gems hier. Oh, Ressource Potions konnte ich nehmen. Power Potions habe ich, glaube ich, noch genug. Dunkle Seta kann ich im Moment gar nicht aufnehmen. 5 Bilder Potions, nochmal 50. Hier nochmal 10 Gems. Also es ist schon genial, wie viele Clock Power Potions es vor allen Dingen gibt. Das konnte ich mal nehmen. Das Buch, okay. Das Buch konnte ich mal nehmen. Das ist cool. Die Gems hier nehmen wir mit. Bilder Potions. Hauen wir hier weg. Gems. Nochmal ein bisschen Elex. Einmal die Power Potions genommen. Nochmal ein paar Gems. Nochmal ein bisschen Gold. Eine Schaufel für 50. Eine Schaufel für 50 ist ganz gut, muss ich sagen. Finde ich jetzt. Finde ich jetzt nicht schlecht. So, die konnten wir claimen hier. Das dunkle, ja, traurig, ne? Das dunkle Buch. Die dunkle Rune. Ist echt traurig, muss ich mal so sagen. Eine dunkle Rune kostet immer 3000 im Shop und du haust sie für 50 weg. So, die können wir aber nehmen hier. Die Rune mit Gold können wir gleich nehmen. Ach nee, das war die Elex Rune, die ich nicht hatte, ne? Ah, die hätte ich nehmen können, die Elex Rune. Ärgerlich, weil die Rune auf Gold kann ich nämlich gleich nochmal nehmen und verbrauchen. Ah, sehr ärgerlich. Buch der Helden. Können wir nehmen eins. Einmal ein paar Bilder Potions. Leute, es gibt echt, das ist ein Gem Regen hier. Anders kann man das ja nicht betiteln. Fünf Sachen habe ich noch frei. Ich kann die Gold Rune noch nehmen. Das ist ganz cool. Denn, die nehme ich jetzt gleich auch. Ich gucke mal. Gold. Ja, die machen wir mit Gold und die machen wir auch mit Gold. Also, wir können hier die Mauer noch ein bisschen machen. Okay, also da ist der Pot leer. Da lohnt sich das mal. Da lohnt sich das wirklich mal, das Ganze zu machen. Wir gehen hier außen weiter. Und dann können wir die Gold Rune hier, glaube ich, nehmen. Nehmen wir die von hier. Benutzen. Use. Die war das, ne? Die war das. Ach, schade. Die Elex Rune. Okay, so passiert es. So schnell kann es passieren. Also, die usen wir hier. Dann haben wir noch mal einen vollen Pot Gold und können noch mal ein paar Mauer machen. Also lohnt sich schon, finde ich, der Pass auch am Ende, wenn man noch nicht max ist. Ja, wenn man noch nicht max ist. Eine geht noch. Jo, eine geht noch. Wunderbar. Also, auch hier geht es weiter. Ich habe auch nicht mehr so viel zu machen. 164, das ist übersichtlich. Würde ich mal so sagen. Und hier haben wir die Gemflut in jedem Fall beendet. Also, fünf Sachen habe ich hier noch. Die kann ich mir leider nicht abholen. Das müsste eigentlich doch, die eine konnte ich noch nehmen. Und das müsste jetzt einmal, zweimal, dreimal, viermal dunkles. Ja, einmal viermal dunkles. Aber ich kriege hier noch ein bisschen raus. Denn ich hatte jetzt die, ich habe die ganze Zeit nicht so heftig mit dem hier gefarmt. Ist leider mal so. Aber ich würde sagen, wir springen mal kurz auf den Toto. Ich habe nämlich am Samstag vergessen, euch etwas zu zeigen. Denn ich hatte ganz vergessen, euch zwei Angriffe zu zeigen am Samstag. Denn da haben wir doch dann irgendwie so ganz, ganz komisch Schluss gemacht. Das will ich jetzt mal eben nachholen. Oh, das ist mir ein bisschen zu laut. Das will ich jetzt eben mal ein bisschen nachholen für euch. Denn die waren ganz schick. Und wir sind da dann irgendwie im Gespräch oder so, sind wir darüber hinweggekommen, dass ich euch die eigentlich zeigen wollte. Dann hat immer so ein Stream, wenn man noch so zwei, drei Angriffe am Ende zeigt, dann hat das nicht so ein abruptes Ende. Weißt du so, so Leute, ich gehe mal und dann knipps aus, knipps aus. Das mag ich nicht so gerne. Deswegen lasse ich das mal ganz chillig machen. Dann kann ich schon mal so ein bisschen so die Richter alle ausmachen. Und kann schon mal, was sage ich immer, in der Nase popeln. Ein bisschen in der Nase popeln. Und schon mal den ein oder anderen Pupser loslassen. So ganz ungeniert, weil keiner hört mehr was, keiner sieht mehr was. Aber ihr seht noch dann so ein bisschen Clash of Clans. Und das ist mir eigentlich dann an der Stelle etwas wichtiger, dass sowas noch rüberkommt, als dass so ein Stream immer so ein abruptes Ende hat. Also ich werde jetzt demnächst mal so ein bisschen anderes Ende einbauen. So, ich nenne es mal so, so ein bisschen Ende einläuten. Ja, jemand hat mir da einen Hint gegeben. Also so ein Hinweis. So eine Idee ist es auch. Und das kann ich sicherlich mal umbauen und einbauen. Können wir allerdings nur auf Twitch machen. Denn es hat natürlich ein bisschen was mit Musik zu tun. Da, wenn ich das auf YouTube mache, bekomme ich immer eine Urheberrechtsverletzung. Und da habe ich jetzt auf YouTube nicht so wirklich Lust drauf, dort jedes Mal, wenn ich das mache, eine Urheberrechtsverletzung zu machen. Ich weiß, wäre auch nur einmal die Woche oder halt, wenn die Events sind. Aber hat er echt schön gemacht, hier mit den Schweinereitern. Und das Rathaus dann aktiviert. Es war allerdings schon weit über 50 Prozent, glaube ich. Das heißt, es wäre sowieso aktiviert gewesen. So hat er dem Rathaus einfach noch ein bisschen Schaden verpasst. Kann man auch so machen. Denn so ein Erdbebenzauber auf Level 7, der macht dann ja schon noch mal ein paar Prozente an so einem RH. Und hat er cool gemacht, hier muss ich sagen. Das war der eine, den ich euch nicht gezeigt hatte. Den anderen, glaube ich, wir sammeln kurz mal gleich was ein. Es geht ja um die Gemflut. Und dann zeige ich euch in jedem Fall noch den zweiten, den ich noch in petto hatte, den ich euch auch nicht gezeigt habe und eigentlich ein bisschen schuldig war. Ich muss übrigens auch sagen, dass es mich ein bisschen gewundert hat, dass die Folge mit hier reinkommen viel mehr Aufrufe hatte, als die Folge von davor. Wo wir eigentlich wirklich einen guten Klarkick gesehen haben. Ist im Moment ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Aber okay, es ist auch nicht jedermanns Sache, only Rathaus 12 Angriffe zu sehen. Und deswegen sind wir hier jetzt im Heimatdorf. Hier muss ich noch beides abholen. Also Leute, ich hoffe, ihr habt es nicht vergessen. Ich habe jetzt noch 13 Stunden. Es ist Sonntagabend, 19 Uhr. Nehme ich das Ganze hier auf. Bin auch mal ganz transparent. Und also noch zwei Stunden vorm Stream. Und habe gedacht, wenn du es jetzt nicht machst, vergisst du es vielleicht. Vergisst du es vielleicht. Das wollte ich natürlich hier in der Regel nicht machen. Das, was ich auch hier habe. Ich muss immer mal wieder gucken. Was habe ich eigentlich noch? Was habe ich eigentlich noch? Und was könnte ich noch gebrauchen? Oder was könnte ich noch wegknüppeln? Ich könnte also hier noch so einen Hammer nehmen. Buch des Bauens. Also irgendwas kann ich damit noch bauen. Und ich glaube, ich kriege noch einen Hammer zusätzlich wieder. Aber hier aus den Clanspiegeln, da kann ja schon ein bisschen was tun. Allerdings hier aus dem Tier 5, 6, 7. Ja, aus dem Tier 5 geht gar nichts im Moment. Und bei den anderen geht ja immerhin ein bisschen was. Es geht eine Elex-Rohne des Bauens. Die können wir, glaube ich, schon mal nehmen. Ach nee, ich muss erst mal was verkloppen hier. Dann hauen wir mal eben den Zauber raus. Das ist echt sehr, sehr leidig, muss ich sagen. Zauber verkaufen, 50 weg. Okay, den nehmen wir eben mal wieder. Das waren 50 Gems. Und aus den anderen Tiers kann ich allerdings, oder Tiers, kann ich immer ein bisschen was rausholen. Das machen wir auch. Hier hinten brauche ich das Heldenbuch nicht. Das heißt, wir können da die Gems nehmen. Ich könnte eigentlich hier auch dieses Buch nehmen. Aber ich glaube, das Buch bekomme ich noch hier im Pass. Kann das sein, dass wir das Buch hier noch im Pass haben? Das heißt also ein Schwert, ein Schwert, ein Schwert, ein Schwert. Ja, ein Schwert kriegen wir hier nochmal raus. Ich könnte aber auch mit der Rune, die ich von da oben bekomme, könnte ich natürlich hier auch mir die Päckis hochballern. Kann ich mir auch vorstellen. Die dauern immerhin vier Tage. Mal schauen, mal schauen. Dann müsste ich das ja jetzt schon verbrauchen. Ah ne, ich hab's ja jetzt noch gar nicht. Ah shit. Dann machen wir das mal anders. Ja, passt mal auf Leute. Wir machen das mal anders. Wir verbrauchen das mal eben. Das heißt, wir holen es uns hier aus der, jetzt hier aus der Zeitleiste heraus. Das heißt also, wir haben hier ein, ein, einmal das hier, Buch des Kampfes. Und dann bekommen wir das hier ja nochmal nach. Ah ne, das brauche ich ja hier nicht. Oder brauche ich es da doch nochmal? Ah ne, jetzt müsste ich es verkaufen, ne? Wollten wir ja gar nicht machen. Okay, Gems, Gems. Das Buch, die Rune, die Schaufel, aber nicht schlecht. Gems, Gems. So machen wir es glaube ich. Ich glaube, mehr kann ich hier nicht wirklich gebrauchen. Dann können wir die hier auch mal nehmen. Und dann, ja, und so können wir, kommen wir dem Ganzen schon wieder ein bisschen näher. Das heißt also, wir füllen hier jetzt einmal auf. Ich weiß, ich habe jetzt schon 1,6 Mille. Das Auffüllen ist jetzt nicht so super viel. Keine Frage, ist nicht so super viel, aber ich glaube, ich habe jetzt auch einen, habe jetzt einen Fehler gemacht. Ah ne, ich habe keinen Fehler gemacht, glaube ich. Wir kriegen das Buch des Bauens sowieso nochmal nach. Also wir können nicht die bauen, sondern ihn hier bauen. Das machen wir auch und wir machen ihn, glaube ich, machen wir sofort fertig. Ich denke mal, so ein Buch kriegt man ihn in jedem Fall noch. Oder lassen wir den drei Tage laufen. Ah komm, wir lassen den mal drei Tage laufen. Vielleicht nehmen wir den für die, für die komischen Schweinereiter. Schweinegleiter. Okay, den haben wir schon mal eingesackt hier. Und ich glaube aber, viel mehr können wir hier nicht mehr anwenden, würde ich mal so sagen. Bauarbeiter Gold. Habe ich da noch einer? Das ist echt leidig, das Ganze zu prüfen, aber ich habe kein Bauarbeiter Gold im Moment. Das heißt, wir nehmen es in jedem Fall mit. Mir fehlt ja ein Unibuch an der Stelle. Und dann nehmen wir hier... Oh, wir haben was live. Wir haben was live hier vom Backfisch. Oh, der Backfisch erlöst mich hier von meiner Quaselei. Auch nicht schlecht. Okay. Schauen wir mal, was er macht. Angehalten sind, glaube ich, im Moment Stabilo zwei Sterne zu machen. Der neunte CK, hier nach dem achten, den wir ja gewonnen haben. Ihr habt die Teile des Anfangs schon im Livestream gesehen. War nicht so dolle. Also jetzt A, von unserer Seite, von Gegnerseite, es geht so. Was heißt, es geht so? Meine Base ist gedreiert worden. Meine Base ist gedreiert worden. Das ist echt bitter. Muss ich mal so sagen. Und vor allen Dingen, hätte ich jetzt fast gesagt, ganz billig mit E-Drachen. Ja, ganz billig mit E-Drachen. Gibt einem natürlich ein bisschen zu denken. Ich habe zwar eine sehr kompakte Base, allerdings ist sie noch nicht mit E-Drachen gelegt worden. Der Gegner hat jetzt die richtige Stelle gefunden. Und, ähm, das ist natürlich ein kleines Problem. Mal sehen, wie er hier vorgeht. Ein Pekka-Smash ist sicherlich immer irgendwo, manchmal zwei Sterne gerannt. Allerdings müssen die Truppen auch laufen. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass die Queen das Rathaus nicht mehr schafft. Und das schafft sie auch nicht mehr. Mal sehen, da ist noch Bowler und Pekka. Der Worten, aber er hat noch einen Pekka auch am Rathaus. Da ist das Rathaus weg. Okay, hatte ich jetzt gerade nicht gesehen. 65 Prozent. Mal sehen, ob da noch ein bisschen mehr geht. Ähm, also wie gesagt, wir sind im Moment angehalten. Zwei Sterne zu hohen. Ich habe auch zweimal zwei gemacht. Sehr ärgerlich mit E-Drachen gegen Feger. Ach, geht gar nicht. Geht gar nicht. Äh, mir sind jedes Mal die E-Drachen rausgeflogen aus der Base. Ich habe echt keinen E-Drachen in die Base reingekriegt. Großartig. Und, ähm, naja. Sehr gruselig, aber ausbaufähig. Wurde hier noch ein paar Prozente. Ein Schlag noch da. Das ist ein Multi-Inferno da hinten. Mal sehen. Ah, da ist der Pekka auch Geschichte. 73 Prozent, 74. Danach geht es auch dem Bogenschützen an den Kragen. Aber nicht schlecht. Ich denke mal, das ist ganz okay. Und, ähm, wir wollten aber hier ja weiter sammeln. 52 Stück. Jo. Die ganzen Belohnungen hier abholen. Und auch hier wollte ich mal checken. Ach, ich habe euch gar nicht das Ergebnis gesagt. Ich habe eben beim Avatar 7000, äh, ne, 9725 Stück gehabt. Hier haben wir 16.742. Mal sehen, auf was wir kommen. Unten kommen wir ja in jedem Fall auf 250 mehr. Aber mal sehen, ob die anderen 250 mehr auch kommen. Anruf kann ich jetzt im Moment gar nicht gebrauchen. Wir gucken mal. Ähm, jo. Den habe ich mal eben weggeknipst. Und mal sehen, wie viel das hier jetzt werden. Da vorne war ja der Worden. Okay. Juwelen. Trainingstrank. Kann ich mir nicht mehr abholen. Ich kann mir überhaupt keine Tränke, glaube ich. Doch, ich glaube, einen Trank kann ich mir abholen. Bin mir nicht ganz sicher. Ach, ich konnte mir sogar das Elex abholen. Auch nicht schlecht. Elex ging. Ressourcentrank ging auch. Hatte ich nämlich einen genommen. Zu Anfang des Monats noch. Da hatte ich meine Mauren, glaube ich, auch nicht fertig. Das hier, das Baubuch, Baubuch, Baubuch. Ach, können wir irgendwas abmachen hier im Baubuch, Baubuch, Baubuch. Hm. Habe ich zufällig noch eine Rune des Bauns hier? Bauarbeiter-Rune habe ich gar keine. Okay. Na, schade auch. Ich habe im Moment nichts am Bauen hier. Ihr seht, das ist zwei von zwei frei. Und das Zeug ist alles so teuer. Ich meine, die Mauer bräuchte ich jetzt nicht machen. Also können wir die nur verticken im Moment. Oder aber ich hätte jetzt hier Rune nehmen können. Aber für schlechte Tage, die nehme ich immer für schlechte Tage. Die nehme ich für schlechte Tage. Ach so, wir hätten ja hier schon so ein paar Sachen verkaufen können. Also nehmen wir die 50 Gems mit. Ist auch nicht so schlimm. Läuft ja alles auch nur ein paar Tage. Das war jetzt die obere Reihe. Die hindernde Schaufel wieder auf 50. Bauarbeiter-Gold. Rune des Elixiers. Und die Rune sacken wir ein hier. Rune des Goldes können wir auch nicht mitnehmen. Dunkle Rune kann ich allerdings mitnehmen. Hatte ich nämlich noch verbraucht zu Anfang des Monats. Und alter Falter, guckt euch das an. Diese Gemflut ist der Hammer. Es ist der Hammer dieses Mal im Pass. Aber das hat sich ja auch schon so angekündigt. Und die, die es sich auch abgeholt haben. Es tut einem in der Seele weh, die ganzen Tränke hier wegzuballern. Was kann man damit alles machen? Es ist wirklich genial. Ohrentum Trank. Ja, den hätte ich jetzt nehmen können. Nehme ich aber auch sehr selten. Elix ist noch offen. Neun Sachen sind offen, die ich nicht nehmen kann. Alter, neun Sachen. Okay, das ist das Gold. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay, das sind nur die Ressourcen. Alles klar, einen Vorteil kriege ich übrigens auch noch was rein. Mit dem habe ich doch ein bisschen mehr gemacht bei meiner Mauernackerei. Und wir haben jetzt 17.582. Okay, es gab also schon ein paar dabei. Auch aus den Events. Aber zweiter Angriff aus unserem vorletzten, letzten Zicker. Ah, da ist er. Habe ich euch vorenthalten. Hurra. Ich weiß, es ist ein Angie. Hatte ich euch aber vorenthalten. Versprochen ist versprochen. Und will von mir in der Regel nie gebrochen. Aber ich glaube, das größte Problem war gar nicht mehr. Das lag, glaube ich, an den Autofokus-Einstellungen dieser Software hier. Und mal sehen, ob es hält. Keine Ahnung. In den Livestreams hat es gehalten. Ich werde mir aber die alte Software wieder ausbuddeln. Ich glaube, die war nicht besser und nicht schlechter als die neue. Hat auch keine mehr Funktion oder sowas. Das war es eher noch ein bisschen verwirrender, weil ich nicht mehr alle Punkte gefunden habe. So wie Weißabgleich, Entschuldigt, Weißabgleich, Helligkeit und all sowas. Also vor allen Dingen so Special Settings habe ich überhaupt nicht mehr wiedergefunden. Aber mal sehen, wie er es gemacht hat hier gegen die Angie-Bande. Ja, ich hatte ja schon gesagt, einige glauben immer noch, dass sie mit ihren Engineered-Accounts weiterkommen. Und bzw. weiterkommen als andere. Allerdings, wenn du ein sehr, sehr hohes Rathaus spielst, im unteren Bereich hier wie der oder die Layla. Als 23. hier, als drittletzter. Dann ist das schon ein bisschen grenzwertig, würde ich mal so sagen. Der Anlacki ist ein Rathaus-10er. Und ihr seht, wie weit er allein nur mit seinem Killsquad kommt. Fast 40%. Und ich würde fast sagen, das Rathaus sogar noch geschafft. Queen wird jetzt gezündet. Ja, und den Rest machen halt die Hawks. Mein Gott. Da kann er hier ruhig Elver-Dev stehen haben. 48%. Jetzt sind es schon zwei Sterne. Das backen die nicht. Auch mit so kleinen Helden hier nicht. Ist einfach so. Da kannst du dich drehen und wenden, wie du willst. Da kannst du dann auch deine Tesla-Aufmax haben oder sowas. Ich weiß. Ihr wisst genau. Ich weiß immer noch nicht, was das soll. So ein 8er schreckt das vielleicht ab. Oder ein Rathaus-9er. Aber ein 10er, der lächelt darüber, ehrlich. Und so hatte er aber gestern Abend im Livestream noch die zwei Sterne hier gemacht. Da bin ich, glaube ich, irgendwie übergangen. Und habe das vergessen, glaube ich, zu zeigen. Was ich aber nie vergesse, ist meine Pausentaste. Egal. Okay. Ich hoffe, die Folge auf dem Montag hat euch gefallen. Ihr seid gut in die Woche reingekommen. Ich in jedem Fall. Denn ich darf auch endlich wieder arbeiten. Ich habe auch ein bisschen, jetzt nach dem Urlaub, so ein bisschen der Arbeit wieder entgegengefiebert. Irgendwann denkst du auch, man, 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 langweilig, langweilig. 50, 52 steht es hier. Zwei Stunden geht das euch noch. Ich gehe um 21.30 Uhr. Heute wahrscheinlich erst in Leistung. Etwas später. Ist aber nicht so schlimm. Wir sehen uns in jedem Fall mit einigen Folgen noch in dieser Woche von Clash of Clans. Ich werde jetzt mal bei meinen anderen Accounts auch eines einsammeln, bevor ich das echt vergesse. Denn ich habe es so ziemlich mit allen Accounts, die ihr so ein bisschen aus den Videos kennt. Ihr kennt nicht alle Accounts aus den Videos. Habe ich es geschafft, den Pass zumindest durchzuspielen. Und kann mir hier und da auch noch Clanspieler abholen. Also bis dahin. Euer Toto. Flasht. Ich werde jetzt mal bei einem Tag in賞 in der Nacht auf einen Tag in der Nacht. Ich werde jetzt mal bei mir Dingen depend. Euer Toto habe ich mir hier und da auch wieder zusammenaciones, wie ich sie eine Acting, wie ich war mir für heute Morgen. Ich werde jetzt mal bei mir hieratten. Ach, kann man. Vielen Dank.